Sie sind gefürchtet, die Rocker, die sich Osmanen-Germania nennen. Sie kommen nicht auf Motorrädern, sondern in Sportwagen und Luxuslimousinen. Sie behaupten, nur ein harmloser Boxclub zu sein. Doch die Vorwürfe gegen diesen vermeintlichen Boxclub lauten Gewalt, Drogen, Waffen, Zwangsprostitution. Und die Schläger-Truppe wird auch noch staatlich unterstützt, aus der Türkei. Aktionen der Osmanen in Deutschland werden von Ankara gesteuert und auch finanziert. Das belegen gemeinsame Recherchen von Frontal 21 und den Stuttgarter Nachrichten. Rocker mit Regierungsauftrag. Rocker als Handlanger des türkischen Präsidenten Erdogan. Die drohen, schlagen, einschüchtern. Saarbrücken, August 2016. Die Polizei nimmt Spuren auf nach einem Anschlag auf eine Shisha-Bar. Ziel des Attentats mit einer Handgranate waren Kurden. Mutmaßlicher Täter, der Saarbrücker-Chef der Osmanen Germania. Inzwischen angeklagt wegen Anstiftung zum Mord. Osmanen Germania, so nennt sich eine rockerähnliche Gruppierung. Sie entsteht 2015, wächst innerhalb von nur einem Jahr auf 1500 Mitglieder an. Meist türkischstämmig. Aufgebaut wird die Truppe von Mehmet Batschi, dem Chef, und Seljuk Can Shahin, seinem Stellvertreter. In der Öffentlichkeit präsentieren sich die Osmanen Germania als Boxclub, der sich sozial engagiert. Wir wollen unsere Jugend von der Straße holen, mich voll beschäftigt, Arbeit gesungen, wenn die keine Arbeit haben, wenn die Sucht haben, Suchtprobleme. Eine Legende ist Burkhard Freyer, Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen, überzeugt. Also wir sehen da keinen sozialen Ansatz, auch keinen Ansatz, um Jugendliche zu helfen. Wir sehen hier eine Organisation, die dieselben Verhaltensweisen und Handlungsweisen hat wie übliche Rockergruppen, also Gewalt, Waffenbesitz, Türstehersehe, Rotlichtmilieu. Und das Holen von Jugendlichen von der Straße hat einzig allein den Sinn, Nachwuchs zu gewinnen für die eigentliche Organisation. Sabine Thurau, Leiterin des Hessischen Landeskriminalamtes, beobachtet mit ihrer Behörde die Entwicklung der Osmanen Germania von Anfang an. Insbesondere im Bereich unserer Gefahrenabwehraufgaben haben wir festgestellt, dass diese Rockergruppierung sehr stark zunehmend türkisch-nationalistisch geprägt ist. Osmanen Germania. Wir kommen und übernehmen das ganze Land. Männer, die bis zu ihrem letzten Tropfen Blut für ihre Brüder auf dem Schlachtfeld stehen. Ihre Musikvideos, einschüchternd und angsteinjagend. Für die Brüder die Freiheit. Osmanische Einheit. Osmanische Einheit. Wir sehen im Moment die Aktivitäten der Osmanen Germania in erster Linie gegen Türkei-kritische Organisationen, aber auch Organisationen wie Fertüller Gülen und kurdische oder kurdisch-nahe Organisationen, die in irgendeiner Weise türkei-kritisch agieren. Gegen alle diese Organisationen bauen die Osmanen Germania eine Drohkulisse auf. Und wenn es dann zu Auseinandersetzungen kommt, dann scheuen sie auch nicht die Gewalt. Ermittler überwachen Mehmet Baci und werden hellhörig. Die Truppe pflegt offenbar enge Verbindungen zu staatlichen türkischen Stellen. Das zeigen Recherchen von Frontal 21 und den Stuttgarter Nachrichten. Ein abgehörtes Telefonat legt nahe, dass Osmanen-Chef Baci gute Verbindungen zum türkischen Geheimdienst hat. Die Ermittler glauben, er werde vom türkischen Staat unterstützt. Baci erklärt, dass er in der Türkei war, um den türkischen Staat um finanzielle Hilfe zu bitten, das soll aber geheim bleiben. Der Osmanen-Chef habe gesagt, Niemand wird uns von unserer Sache abbringen. Wir sind bereit, für unsere Sache zu sterben und zu töten. Die Ermittler bohren weiter und stoßen auf Verbindungen der Osmanen-Germania zur türkischen Politik. Immer wieder taucht ein Name auf, Metin Külünk. Külünk ist Abgeordneter der Regierungspartei AKP. Als Beauftragter für die Türken im Ausland ist er häufig in Deutschland unterwegs. Tritt auf pro-türkischen Kundgebungen auf, wie hier in Köln. Ein Foto aus gemeinsamen Jugendtagen, aufgenommen auf einem Bolzplatz. Es zeigt Külünk zusammen mit dem späteren Präsidenten Erdogan. Dieses Foto zeigt Külünk mit den Chefs der Osmanen-Germania. Der AKP-Politiker hat sich mehrfach mit ihnen getroffen. Das Treffen mit Herrn Külünk diente als AKP-Abgeordneter. Wollte er die politische Befürwortung der Osmanen deutlich machen. Und das eben auch öffentlich, nicht geheim. Und in dieser öffentlichen Darstellung soll gezeigt werden, wir befürworten euer Handeln. Und wir sehen das als richtig an, was ihr tut. Das wiederum beflügelt, diese rockerähnliche Organisation in ihrem Handeln. Külünk gilt den Behörden als der Stratege. Der Mann links hinter ihm sei einer seiner Kontaktleute in Deutschland. Ilkay Arin, bis vor kurzem Vorsitzender der Union Europäisch-Türkischer Demokraten, UETD, in Mannheim. Die UETD agiert bundesweit und steht der türkischen Regierungspartei AKP nahe. Laut den Erkenntnissen der Ermittler verlangt Külünk, solche Angriffe zu filmen und die Aufnahmen an den türkischen Staat zu liefern. Sie sollen als Zeichen dafür genutzt werden, um jedem zu zeigen, was mit denen passiert, die sich gegen die Politik Erdogans erheben. Stuttgart, April 2016. Bei einem sogenannten Friedensmarsch für die Türkei und Deutschland kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Türken. Die Polizei ist überrascht über die Brutalität. Die Ermittler bleiben dran an Osmanen-Chef Baci und AKP-Mann Külünk. Im April 2016 fassen sie zusammen, dass die Osmanen über die Verbindungen des Ilkay Arin und den AKP-Abgeordneten Metin Külünk 20.000 Euro bekamen, um dafür Schusswaffen zu kaufen. Im Mai 2016 fängt die hessische Polizei eine Lieferung ab. Bestimmt ist sie für die Osmanen-Germania. Darin eine Skorpion-Maschinenpistole. Juni 2016 in Berlin, Potsdamer Straße 158. Die Ermittler beobachten, wie der AKP-Mann Külünk den Osmanen-Chef Baci trifft. Der Politiker habe dem Rocker Geld übergeben. Nach dem Treffen bestätigt Baci das in einem abgehörten Telefonat. Wer sich türkei-kritisch äußert, gerät ins Visier der Osmanen-Germania. Das zeigt der Fall Jan Böhmermann. Der Satiriker machte in einem sogenannten Schmähgedicht abfällige Bemerkungen über den türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Also das Gedicht, und das, was jetzt kommt, ist, das darf man nicht machen. Die Ermittler hören ein Telefonat ab. Demnach ruft UETD-Mann Arin den Osmanen-Chef Baci an und gibt diesem verschlüsselt den Auftrag, eine Bestrafungsaktion bei einem Kritiker des türkischen Staatspräsidenten durchzuführen. Böhmermann wird von den Sicherheitsbehörden gewarnt. Die Ermittler gewinnen immer mehr den Eindruck, die Osmanen-Germania sind der verlängerte Arm Ankaras. Die Selbstentscheidungen des Deutschen Bundestages beeinflussen wollen. Es ist der 2. Juni 2016. Wer stimmt für diesen Antrag? Das Parlament verabschiedet eine Armenien-Resolution, bezeichnet das Massaker des Osmanischen Reiches an den Armeniern während des Ersten Weltkrieges als Völkermord. Nicht nur die türkische Führung in Ankara reagiert empört. Auch in Berlin gibt es Proteste, schon am Tag vor der Abstimmung. Ganz vorn dabei die Osmanen-Germania. Offenbar gesteuert vom türkischen Staat. Die Ermittler schreiben, dass die meisten Teilnehmer Kühling handelt dabei nicht auf eigene Faust. Am 1. Juni 2016 hören Ermittler den AKP-Politiker ab. Er telefoniert mit dem türkischen Außenminister. Kühling will wissen, ob er noch eine Protestkundgebung in Berlin organisieren soll. Der Minister will das nicht selbst entscheiden. Er sitzt gerade beim türkischen Präsidenten. Und übergibt den Hörer an Erdogan. Kühling teilt Erdogan mit, dass er auf eine weitere Kundgebung lieber verzichtet. Die gewünschten 4.000 bis 5.000 Teilnehmer könnten nicht mobilisiert werden. Die Ermittler fassen zusammen. Stattdessen wolle man einen schwarzen Kranz vor dem Bundestag niederlegen. Erdogan teilt Kühling mit, dass man darüber entscheiden und sich zeitnah melden wolle. Präsident Erdogan persönlich kümmert sich um Proteste in Deutschland. Seine Regierungspartei AKP entsendet Kühling nach Deutschland, um Konflikte anzuheizen. Und dessen Vertrauter Arin beauftragt die Bestrafung von Türkei-Kritikern, wie Jan Böhmermann, durch Osmanen-Chef Baci. Deutsche Politiker warnen vor türkischer Einflussnahme in Deutschland, gesteuert aus Ankara. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, Sevim Dadelen, fordert die Bundesregierung zum Handeln auf. Sie kritisiert die Türkei, wird deshalb bedroht und steht unter Polizeischutz. Dieses Netzwerk stellt eine große Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung dar. Und ich hoffe und fordere von der Bundesregierung, dass dieses Netzwerk hier zerschlagen wird. Und diese Osmanen-Germania müssen eigentlich verboten und aufgelöst werden in Deutschland. Ich frage mich, warum die Bundesregierung hier so lange wartet. Auf Nachfrage von Frontal 21 erklärt das Bundesinnenministerium, die Osmanen-Germania insgesamt würden nicht beobachtet. Wenn bei einzelnen Mitgliedern der Truppe oder ihres Umfeldes, Zitat, Hinweise auf eine Einbindung in nachrichtendienstliche Aktivitäten oder Einflussoperationen staatlicher türkischer Stellen vorliegen, geht das Bundesamt für Verfassungsschutz diesen mit Nachdruck nach. Mehmet Batschi ist nach Angaben seines Anwalts nicht mehr Präsident der Osmanen-Germania. Er sitzt in Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf Nötigung, Strafvereitelung und Anstiftung zu Falschaussagen. Nicht wegen politischer Straftaten. Der AKP-Politiker Metin Kühlung hat auf unsere Fragen übrigens nicht geantwortet.